Das Camp ist super, also ich habe schon beim letzten Mal wieder dazugelernt und ich habe auch das Mal gleich gemerkt, es wird besser. Auf jeden Fall, wir haben es auch bei der Videoanalyse gesehen und ich kann das jedem nur empfehlen. Und nach ein paar Nachts, du sagst, das war sehr gut, aber jetzt haben wir eine Überraschung. Wir haben ein Traum, das nicht in Ordnung ist, wo etwas zu passieren wird, dass ich nicht weiß, was es wird. Dann wird es mehr und mehr Sprecher werden, und du machen weiter und weiter ausgleichen als zu was du träumst. Und endlich, du wirst ein Traum, wo du jetzt bist. Es hat mir sehr gefallen. Es wurde in jeden Einzelnen eingegangen und ich denke mal, jeder hat seine Werken und Zwecken irgendwo kennengelernt und konnte die in den zwei Tagen verbessern. Bis zum nächsten Mal.